Servus, grüßt euch bei uns wieder da in Schwatzingen auf der Tony Edition. Ja, wo es kommt noch ein Gras mehr? Von, von, von Gras. Richtig. Jetzt ist es da mehr jetzt. So schauen wir, dass wir ein paar Lautungen reinbringen. So viel wie möglich. Und ich denke, dass wir das eh grüßt. Ich denke, dass wir das eh grüßt. Jetzt hei benötigen, dass wir da mal in trockenen Sandagei. Das Vilage hat mir drei Wieser, oder? Ich denke, dass wir noch. Das Vilage hat mir drei Wieser, oder? Das Vilage hat mir jetzt gesehen. Da hat es genügend. Das Vilage hat gemacht. Ja, was steht wieder an irgendwann? Beim nächsten Mal mit den ganzen Fabriken überprüfen, anschauen. Und wahrscheinlich auch mit dem Autoload wieder dementsprechend leeren, beliefern. Schauen wir mal kurz, ob wir da noch nicht wieder mehrere Leute sind. Damit es in der Staubkasse wieder richtig rumpelt. Der letzte Frühlingstopp ist das jetzt. Und dann... Jetzt geht es eh schon los. Jetzt rum. Jetzt kommen wir jetzt noch mal einen Shoutout nach. Da würde ich Geld machen irgendwie. Bei mir geht es vor, weil ich viel hole. Was man sonst produziert hat. Weil irgendwie zahlt dabei keiner. Oder ich kriege kein Geld. Da würde ich nicht ein bisschen Land haben. So wie sie sehen. Ich bin ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber ich bin wieder mal zu einer Zeit online, wo wahrscheinlich keines auch online kann. Aber dann ist der ganze Tag heute schon wieder verplant. Daher muss ich die Zeit nutzen zum Aufnehmen, weil sonst kommen keine Folgen nicht. Und das wollen wir ja vermeiden. Sohn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 schon wieder zu 11 Prozent verschließen. Wahnsinn, geht das so weit schnell. Oh mein Gott. Auf alle Fälle wollen wir wieder einen Diesel holen von unten, weil es noch 1700 Liter da ist. Und wenn wir alles hier einmal wegdangen, dann ist das auch ein paar Mal ein Futsch. Oh mein Gott. 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 Drei Zeilen noch. Dann haben wir das erste Feld. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ist sehr schön. Das ist richtig. Das ist noch leicht. Das kann man selbst hierher machen. Ich denke, es wird zu dannersnet. Das ist gut. Das ist gut. Das ist nicht einfach reinget. Aber das ist es gut. Das ist auch nicht mehr. Aber das ist nach hinten. Ich habe auch keine Gelegenheit. Ich habe auch keine Gelegenheit. Das ist nach hier einmal. Das eine Wiedersehen. Dass man sich einfach mal noch mehr sagen möchte. Und das ist nicht so wie viel AC ist. Gut, dann sind wir wieder am Ende von der Folge, den Hofreink hat es gefallen, weil es ihnen gefallen hat, bloß sind Leute da wieder abminarisch gefreut, dort vielleicht kommentieren, wenn wir etwas anderes machen sollten, keine Ahnung wie es sich sieht. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, bleibt es geil.